Jo Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Wir spielen heute The Building Game und mit dabei ist ChromLP. Hallo. Und GuckDiHD. Hallo. So, wir müssen uns jetzt hier erstmal irgendeinen Begriff ausdenken. Ähm, was ist nochmal das, wo man es reintun muss? Sein Dingens, Papier? Ja, den Dropper, der direkt vor deiner Nase ist. Ja, den hab ich weggemacht. Ja, dann bau da wieder einen hin. Ist das ein Werfer oder? Ja, glaub schon. Keine Ahnung, hast du den echt kaputt gemacht? Vogel, ey. Jetzt geht's, glaub ich. Welches Thema haben wir überhaupt jetzt? Ist scheißegal, mach irgendwas. Ja. Ähm, ich überleg mir grad mal was. Ey, das muss irgendwas Geiles sein. Nicht mich. Ich bin, glaub ich, fertig. Ich steck schon mal rein. Oh, ich bin fertig. So, ich bin auch fertig. Warte. Okay, ich hab's auch rein. Es gibt einen Timer, oh Gott. Okay, so, jetzt müsst ihr in den Dropper gucken. Ja, okay. Ich glaub, das ist falsch geschrieben. Ja, ihr müsst das Ding da drin lassen, nur eben gucken. Ja. Ja, ist doch egal, wenn wir uns verschreiben oder so. Alter, what the fuck. Alter. What the fuck, Alter, wie soll man das machen? Oh mein Gott. Junge. Das ist, äh, okay. Alter, ähm. Ähm, joa, dann. Ähm. Ja. Das wird bestimmt... Jetzt mal das hier. Vor allem mit Bauen bin ich am besten. Ich auch. Ne, ich bin der Beste. Hey, ich bin der Beste. Ich kann echt null bauen. Kommt man auf so ne Scheiße, ey. Ja, das frag ich mich bei mir, ey. Ja, hier auch, Alter. Alter, nee, ähm. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Baue ich das. Oh Mann. Das ist ein bisschen kompliziert. Bei mir bisschen. Ach du Scheiße, ey. So. Alter, nein. Da kommt ihr niemals drauf, ey. Nee, bei mir, ey. Beim ersten Mal schon wahrscheinlich was völlig anderes. Oh, jetzt ne ich nach. Vor allem das Raten wird dann richtig schlimm. Ja. So. Äh, so. Oh, jetzt spazier die Kacke doch. So, geht doch. Ich hoffe, man erkennt das. Schon mal perfekt. Alter, das ist... Okay, das wir können mal holen. Hm. Oh, einfach sch... Oh mein Gott. Alter, nee. Wer hat diese Scheiße zum Bauen ausgesucht? Das ist eigentlich nicht so ein schlimmes Wort. Was habt ihr denn hier für ein Texture Pack? Ach du Scheiße, ey. Das kann ich so nicht machen, ey. Ich hab gerade... Ja, das ist das Normale drin. Ich hab Specs. Aber er kommt aufs selbe raus. So eine Art Feetool. Okay, das ist wunderschön. Oh Gott. Fuck. Alter, wie zum Fick soll ich das machen? Ey, derjenige, der zwei Wörter da reingeschrieben hat, ne? Ja, nimm das hintere. Das ist nett. Ja, du kannst... Ja, okay, ja. Eigentlich das hintere ist gemeint. Ja, ja gut. Dann ist... Dann zählt aber auch das hintere, was er dann rät, ne? Ja. Gut, okay. So, dann wollen wir noch Knochenmehl. Oh Gott, wie das aussieht, Alter. Also meins kann man zum Teil erraten, aber... Erde. Erde. Nur manches. Oh, Alter. Kann man auch irgendwie ein bisschen Tipp geben mit einem Schild oder so? Ein bisschen, aber nicht das ganze Wort verraten, ne? Oh, war so falsch. Ähm... Okay. Ey, Alter, das kann man doch nicht... ...jemandem anbieten, Alter, wie krüppelt das aussieht. Alter. Boah. Oh, ne, ich muss den Baum auch noch selber machen, ey. Ich glaube, in 1.6.4 konnte man noch keine megagroßen Bäume machen, oder? Na, so viel... Aber du kannst... Hey, du kannst doch einfach mit einem Setzling das züchten. Ja, nein, ich... Nein, ja. Es gibt ja diese riesigen Bäume, wenn man... Ach so, äh, Schubelbäume. ...setzlinge... Ja, zum Beispiel. Ja, kann man auch machen. Geht das hier schon? Ich weiß es nicht. Doch. Ja. Doch, die großen geht schon. Da sollte es sogar einfacher gehen. Da brauchst du... Da muss ich Tropenbaumsetzlinge nehmen, ne? Genau, vier nebeneinander und dann... Ähm, ich muss wissen, dass wir eine 1.7.4... Äh, 1.6.4 spielen. Ah, okay. Alles klar. Das sind die, die da, die so pehner sind. So, ich bin eigentlich schon so gut wie fertig. Eeeh, bei mir kommt's auch so langsam zum Ende. Ja, meins könnte man erkennen, aber nicht, ja, welche Person das sein. Boah, Alter. Ne. Ey, das ist einfach... Die Haare sind beste. Was für Haare. Nö. Der hat guckt, die wahrscheinlich meinen Scheiß. Ja, ist... Ich weiß es nicht. Ja, und das ist so mein. Das ist einfach... Der eine Baum ist viel größer als der andere, ey, homo-kacke. Ist auch nicht so schlimm. Komm, so. Oh mein Gott. Irgendwie habe ich gar nichts mehr zu tun. Ich baue einfach nur noch größer. Nein. Das rutsche ich hier, Alter. So. Oh Gott, das sieht so scheiße aus. Ich habe nichts anderes erwartet. Okay, warum muss man draufdrücken, wenn man fertig ist? Äh, auf den Button, äh, done building. Ja. Build done. Oder build done. Das mache ich einfach mal. Ich kann nur noch weiterbauen, eventuell. Oh mein Gott. Warte mal, was kann ich noch bauen? Damit man es weiß. Oh, Alter. Äh, ihr müsst wissen, das ist nicht ganz so maßstabsgetreu. Ja, bei mir, Alter. Beste Leben. Ein Ding ist ein bisschen größer, wie es sein sollte ursprünglich. Ich finde meins bis jetzt gar nicht mal so scheiße. Ja, meins ist auch zum Teil eigentlich ganz gut geworden. Oh, fuck. Ich fand meins, also finde meins auch bis jetzt ziemlich okay. Ja. Ja, ich denke, man, man erkennt es. Ich könnte jetzt um zwei Details machen, aber. Ich glaube, ich bin fertig. Ja, doch, ich, ich, ich glaube, ich bin, ja doch, ich bin nicht so. Ja, ich bin auch fertig. Dann, dann build hier ein Nass, ne? Ja, build dann. Zack. Okay. Was ist das denn für eine Missgebühr, Alter? Was ist das? Alter, du hast zwei Bäume. Ah, ich glaube, ey, das ist saugut gemacht. Soll ein YouTuber sein? Ja, das war mal. Äh, nee, das darf ich ja nicht gucken. Äh, wo muss ich? Ich muss das gelbe Schild nehmen, ne? Ja, das gelbe Tor. Das gelbe Tor. Ja, da, wo du gespawnt bist, halt. Hä, nee, da, wo man gespawnt ist, oder? Ja, da, wo du gerade, also, da, wo du gerade, äh, teleportiert, wo du das weißt? Ja, okay, ja, ja, okay, ich weiß. Das ist goldene. Ey, soll das Kotze sein, oder was? Hä? Ich wüsste, also, ich, für mich ist es, ich gebe kein E. Soll ein YouTuber sein? Welcher YouTuber hat denn so eine Frisur? Hä? Äh, okay, ich kann nur eins raten, aber das ist wahrscheinlich, er könnte richtig sein, okay. Das ist 100 pro Richter. Also, das ist gut. Das kann man auch einfach bauen. Hä? Bei der Erstbeschriften. Ich bin fertig. Ich hoffe, ich habe das Wort richtig geschrieben. Okay, ich muss raten, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Okay, ich denke, ich glaube, du hast meins bekommen, Marek. Was, ähm, im Chrom gebaut hat. Hä? Ja, keine Ahnung, was anderes fällt mir da nicht ein. So, habt ihr alle? Okay. Aber halt. Okay. Das war's schon. Okay. Und das ist meine glorreiche Hängematte. Ja, guck mal, ähm, warte, ich guck mal. Was hast du raten? Also, die habe ich gebaut. Raupenmodus Hängematte. Also, eigentlich nur eine Hängematte. Ne, was habt ihr geraten? Also, ich habe das geraten. Ja. Ich habe das geraten. Gut. Ja, passt. Perfekt. Und wir wollen jetzt zum Blauen, oder? Ja, das erst mal zum Blauen. Ah, okay, gar nicht. Ey, das ist mega gut. Ja, das habe ich gebaut. Ich habe Ventilator geraten. Ja, das ist... Ey, Alter, das hätte ich niemals gedacht, dass du das so gut hinkriegst. Doch, das ist echt gut gemacht. Also, ich konnte nur an Ventilator denken. Richtig gut, Alter. Ja. Gehen wir mal zu der Missgeburt. Ich will wissen, wie die aussieht, Alter. Ja, ist richtig schlecht. Ja, da konnte man nicht so viel machen. Jetzt will ich mal sehen, wer das sein soll. Hä? Hast du den Zettel rausgenommen? Es sollte GLP-Kotz sein. Das hat Wertes geschrieben. In der GLP... GLP, Digga, ist das dein Ernst? GLP-der-Kotz. Wie soll man einen malen? Ich habe gerade einen Skrillex, Alter. Aber die Haare sind wirklich richtig scheiße geworden. Ohne Kack. Der hat doch immer so einen Controller in der Fresse. Ja, ja. Dann hätte ich das erkannt. Oder ich hatte so eine Maske gemacht. Ja, das wäre ein bisschen schwer geworden. Als ich das gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, ist das Kotze? Ja, aber das war ja richtig. Ja. Wollen wir jetzt noch eine zweite Runde machen, oder? Ähm, einen Moment. Ich würde sagen, das reicht für die Folge. Ja. Vielleicht bringen wir das mal was öfter. Mal gucken. Und dann war es das für heute. Das ist richtig geil. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, beim schönen Anblick von dieser Missgeburt. Schaut auf den anderen beiden Kanälen vorbei, ne? Ach genau, stimmt. Schaut auf jeden Fall bei Chrom und Ruckdieb vorbei. Ebenfalls bei Chrom und Marik. Ja, bei mir genauso, bei den anderen zwei. Ja, sind denke ich mal in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.